Hey Leute, was geht? Und damit alles willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Atmung vom Kanal. Heute geht's wieder weiter mit der National-Selder Skyward Sword HD. Und ja, das letzte Mal haben wir aufgehört, wo wir die allererste Flamme erobert haben. Die Furaris-Flamme, oder wie die hieß. Und jetzt sind wir gerade da, das zweite Lied herauszufinden für die nächste Flamme. Viel Spaß mit dem Video jetzt. Auf geht's, das zweite Lied holen für die zweite Flamme. Die Bete, ich habe dir etwas zu beichten. Er berichtet. Er fülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die heiligen Flammen erblicken. Nun nimm dieses Lied und begib dich in die Wüste Ranel, wo dich eine weitere Prüfung erwartet. Wüste Ranel. Ich dachte, wir wüssten in den Vulkan als zweites, aber anscheinend nicht. Wüste Ranel. 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 Ich werde Nairus' Weisheit für dich aufbewahren, mit der Aura-Suche ganz arg. Wo ich da hin muss. Ich glaube, wir werden mittig landen. Wir werden da landen, wo wir zum Steinwerk kommen. Ich glaube, das ist am smartesten. Okay, wir können nicht raus. Ich dachte, wir können mit dem Ding irgendwie uns raus teleportieren. Boah, das schütt nicht. Ich glaube, das ist wirklich am smartesten, wenn wir das machen, dass wir halt da in Nähe gehen. Wüstenschlucht. Machen wir mal hier. Ich glaube, das Norden ist, glaube ich, da, wo wir hinwollen. Ah, da habe ich noch gesehen. Ich habe es schon gefunden. Ja, ja. Ich weiß, wir sind da. Da ist es. Das da. Ja, wir haben es gest... Ja, Mann, Alter. Zwei Stück direkt. Ich weiß zwar nicht, wofür wir die jetzt brauchen alle überhaupt. Wir haben aber sauviele jetzt verdient. Noch eins, noch eins, noch eins, noch eins. Nein, verdammt. Das war das neue Lied. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020